Er ist vom Galiziberg und sie vom Liebharztal. Das ist sehr bemerkenswert und ein besonderer Fang. Schon als Frotzen hat sie grauft, hat sie oft seckiert. Folglich sind sie für die E-Schach trainiert. Zwei aus Orta-Krieg, die gehörn heut zusammen, weißt du, z.B. schluss an, Foxenbahn. Zwei aus Orta-Krieg, das hat ein Zweck, weißt du, z.B. schluss an, Foxenbeck. Es tut nicht gut, wenn man zu viel suchen tut. Die schönste Liebe wächst im eigenen Hieb. Zwei aus Orta-Krieg, die gehörn heut zusammen, weißt du, z.B. schluss an, Foxenbahn. In Orta-Krieg, in Orta-Krieg, da hat man sich lieb. In Orta-Krieg, in Orta-Krieg, im sechzehnten Hieb. Lasst die Liebse nicht mehr aus, dann treten sie in die E. Kaufen sich ein Schreberhaus und pfeifen aufs Palais. Schaffen sich Kaninchen ab, die wär' neu beim Meer. Nehmen sich ein Beispiel dran, des ist nicht schwer. Zwei aus Orta-Krieg, die gehörn heut zusammen, weißt du, z.B. schluss an, Foxenbahn. Zwei aus Orta-Krieg, des hat ein Zweck, weißt du, z.B. schluss an, Foxenbeck. Es tut nicht gut, wenn man zu viel suchen tut. Die schönste Hieb, was im eigenen Hieb, im eigenen Hieb. Zwei aus Orta-Krieg, die gehörn heut zusammen, weißt du, z.B. schluss an, v.s.B. schluss an. In Orta-Krieg, in Orta-Krieg, da hat man sich lieb. In Orta-Krieg, in Orta-Krieg, im sechzehnten Hieb. Ehe, Ehe. Ehe, 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 Ehe. Untertitelung des ZDF, 2020